Ja und hat so ein neuer Display, nämlich Harveys neuer Augen hier. Ja, das ist der Nachfolger von Aetna, aber wir werden glaube ich nicht Aetna spielen, soviel ich weiß. Also, neues Spiel. Neue Spielstar. Ich sehe, du brauchst etwas Trosten. Denn, du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben, das wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nähen, schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen. Sind es doch nur ein paar Schramm. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Nerven. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn Das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Doch auch Nadel und Faden bergen durchaus gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das Übel enden. Ich will dich nur warnen. Man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Namen. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch weinen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Doch dein Talent ist zu klein. Tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick. Deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen. Und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewalterstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lily. Dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lily harkt fröhlich singend Laub im Garten. Lily! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Kapitel 1. Die Klosterschule. Ach, da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätter-K-K-K-Kehren verdonnert? Aha. Tch, langweilig. Und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Ja, also wollen wir das Tutorial spielen. Ihr habt euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen. Das ist sehr vernünftig. Da ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss. Die Harke hat Lilly bereits in der Hand. Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Harke. Um zu erkennen, wo Lilly harten kann, ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen, reicht ein Druck auf die Leertaste. Probiert es doch einmal aus. Okay. Na, da schau her. Die roten Augen zeigen an, welche Objekte benutzbar sind. Offenbar gibt es drei Laubhaufen, die Lilly mit der Harke benutzen kann. Zieht einfach den Cursor über einen der Haufen, bis der Name des Objekts daneben erscheint. Nun könnt ihr die Aktion mit einem Linksklick auslösen. Aber Vorsicht! Unfälle passieren so schnell. Ja, da hast du recht, obwohl ich das mit dem, naja, ein bisschen zu lange Zeit gesehen habe. Bravo! Ihr habt den ersten Schritt getan, ohne jemandem eine tiefe Fleischwunde zuzufügen. Aber noch ist die Arbeit nicht getan. Beendet den Auftrag der Oberen. So schwer kann das ja nicht sein, oder? Nein. Da weiß ich mir anscheinend nicht, wie man hart. Und warte, ich stelle jetzt mal ein bisschen. Oh, hab ich jetzt so toll ausgeschalten. Ne, doch noch. Ich schalte dich mal ein bisschen Musikkunde, weil die läuft dann hin und ist so nervig. So. Sollte doch klappen. Ja, was jetzt... Ja. Wolf, neunfrag. Ja, was ich jetzt zu viel sagen wollte. Ja. Ja. Ich schalte die Nachfolger von Edna, bricht aus. Wir haben ja die Edna gerade schon gesehen und wir spielen halt jetzt Lilly und die oberen Ignaz da, ja. Ja. Und jetzt, ja. Ja. Und anscheinend weiß ich, wie die nicht immer noch habsen. Hä? Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Ja. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ja. Lilly, jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Ja. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Ach, egal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Nein. Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist. Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle mal loszuwerden. Also noch einmal für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Was dann? Lilly hat fertig gehakt. Sie hat die Harke zwar nicht mehr in der Hand, aber sie trägt sie noch bei sich. Wenn ihr sie noch einmal benutzen wollt, findet ihr sie in Lillys Inventar. Geht mit dem Mauszeiger an den unteren rechten Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Gebt Acht, dass ihr euch nicht die Finger einklemmt. Amputationen sind so eine unerfreuliche Angelegenheit. Alter, das fühle ich ja noch besser als Edna oder als der Pony. Gut, klickt nun mit der linken Maustaste auf das Harkensymbol, um die Harke wieder in die Hand zu nehmen. Ihr könnt die Harke nun jederzeit mit anderen Objekten verwenden, auch mit anderen Besitztümern. Wenn ihr fertig seid, benutzt die rechte Maustaste, um die Harke vorsichtig zurück ins Inventar zu legen. Jetzt, da Lilli von ihrer ersten Pflicht befreit ist, wird es Zeit, sich mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut zu machen. Mit der linken Maustaste könnt ihr Lilli hingehen lassen, wohin ihr wollt. Wo immer Lilli einen Ort verlassen kann, verwandelt sich der Cursor in einem Pfeil. Folgt zunächst Edna in den Hintergarten. Der Ausgang befindet sich an der rechten Bildschirmkante. Aber Vorsicht, der Pfeil ist spitz. Auch bei der Gartenarbeit gilt, Augen auf! Immer wenn Lilli mit einem Objekt interagieren kann, verändert sich der Cursor. Die meisten Gegenstände lassen sich ansehen. Dann erscheint ein Auge auf der rechten Hälfte des Cursors. Klickt mit der rechten Maustaste, um diese Aktion auszulösen. Probiert das doch einmal bei der Komposttonne aus! Okay, Herr Felizist. Ein Paradies für Maden. Lilli kon... Was? Ein Paradies... Lilli kon... Oh Mann, jetzt dann. Da wird's noch kapiert. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilli konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Das war zu schade für den Kompost. Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Lilli wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Na, das ist ja noch einmal gut gegangen. Neben der Hand, die für Benutzen, aber auch für Nehmen oder Essen-Trinken steht, gibt es auch eine Sprechblase für Reden. Der Computer wählt das passende Icon von alleine aus. So ist jederzeit gewährleistet, dass Lilli weder in ein Hornissen-Nest greift, noch Reißzwecken ist. Wo ihr schon mal hier seid, redet doch kurz mit Lillis Freundin Edna. Die freut sich sicher. Edna war Lillis Beste zum Beispiel. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Nein. Boah. Hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Ja. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fände es cool. Lilli kann verschiedene Themen ansprechen. Sie werden als Symbole im unteren Bildschirmbereich dargestellt. Was die Symbole bedeuten, wird angezeigt, sobald ihr euch mit der Maus über dem entsprechenden Gesprächsthema befindet. Mit dem roten X lässt sich ein Dialog jederzeit beenden. Wählt zunächst das Thema Aufgaben der Oberen.